Hallo zusammen, Gary Gensler steht mächtig unter Druck, allmählich wird's ziemlich warm unter seinem Allerwertesten. Nicht nur, dass Donald Trump versprochen hat, ihn direkt am ersten Tag nach seiner Amtseinführung zu feuern, jetzt haben ihn auch noch 18 US-Bundesstaaten persönlich verklagt. 18! Das sind 18 Generalstaatsanwälte mit der gesamten Kraft ihrer Behörden, die derzeit Beweise gegen ihn sammeln. Und es geht um nicht mehr und nicht weniger als Amtsmissbrauch und um Handlungen gegen die amerikanische Verfassung, und zwar ganz speziell bei der Regulierung der Kryptoindustrie. Es geht also um nichts anderes als die Art und Weise, wie der Vorsitzende der US-Börsenaufsicht die Kryptoindustrie aus ideologischen und parteipolitischen Beweggründen geschädigt hat. Wenn das also vor Gericht kommt und Gary Gensler tatsächlich verklagt wird, dann kann man schon mal davon aussehen, dass kein einziger zukünftiger SEC-Vorsitzender jemals wieder gegen die Kryptoindustrie vorgehen wird. Aber was passiert eigentlich mit Gary Gensler selber, wenn die Klage durchgeht und vereinzelt, wird jetzt auf Twitter auch schon Guantanamo als nächster fester Wohnsitz von Gary Gensler gehandelt. Aber die Wahrheit ist leider etwas drüber. Also persönlich kann Gary Gensler im Grunde infolge dieser Klage gar nichts passieren. Also kein Knast und keine Geldstrafe oder so. Immerhin hat er in seiner Eigenschaft als Behördenleiter gehandelt. Und insofern ist das Maximum, das aus dieser Klage herauskommen kann, dass man ihm eine Art Fehlverhalten nachweisen kann. Und das führt dann maximal zu einer, sagen wir mal, unehrenhaften Entlassung. Und das hätte zur Folge, dass er ganz bestimmt nie wieder für eine US-Behörde arbeiten wird, möglicherweise seine Karriere für immer beschädigen wird und vor allem, dass er seine Pensionsansprüche sehr wahrscheinlich verlieren wird. Das ist alles schlimm, aber so jemand kommt ja trotzdem, glaube ich, immer noch irgendwo unter. Und ich denke, um Gary Gensler brauchen wir uns da keine Sorgen zu machen. Dennoch ist die Sache ziemlich unangenehm für ihn. Und ich glaube, dass es bei der Klage gar nicht darum geht, ihn wirklich vor Gericht zu belangen. Immerhin würde ja so ein Verfahren auch Jahre in Anspruch nehmen. Und ganz sicher ist das auch nicht, dass er dann tatsächlich verurteilt wird. Ich denke, dass der Hintergrund zu der Klage darin besteht, dass man ihn jetzt massiv unter Druck setzen möchte, damit er freiwillig zurücktritt. Und das Problem ist ein bisschen, dass Donald Trump ihn gar nicht feuern kann, selbst wenn er es wollte und schon gar nicht am ersten Tag seiner Amtszeit. Und das hat er ja schließlich versprochen. Aber leider liegt das nicht in den Befugnissen des US-Präsidenten alleine, den obersten Behördenaufseher zu feuern. Stattdessen muss das noch durch den Bankenausschuss im Kongress. Und da sitzen momentan noch die Demokraten. Und erst wenn da dann der neue Kongress zusammentritt und die ganzen Ausschüsse sich neu gebildet haben, wird die Empfehlung des Präsidenten abgestimmt und auch wahrscheinlich dann durchgewinkt. Aber auch dann können sie Gary Gensler nur ersetzen durch einen neuen Vorsitzenden. Und da wird aktuell Mark Uyeda als heißer Kandidat gehandelt. Aber Gary Genslers Vertrag läuft noch bis 2026. Und so lange bleibt Gary Gensler auf jeden Fall auch SEC-Commissioner. Also zwar nicht Vorsitzender, aber immerhin noch in einer leitenden Position bei der SEC. Und man wird dann Mühe haben, ihn so zu beschäftigen, dass er keinen weiteren Schaden anrichtet. Er wäre dann quasi die Laus im Pelz der SEC und könnte denen trotz allem noch das Leben schwer machen. Das will eigentlich keiner so wirklich, der sowas schon mal erlebt hat. Ein eigentlich schon geschasster Mitarbeiter, der noch im Unternehmen rumlungert und nur schlechte Laune verbreitet und auf jeden Fehler lauert, den er ausschlachten kann. Jedenfalls will man ganz bestimmt auf Gary Gensler so viel Druck ausüben, dass er letztlich aus freien Stücken seinen Rücktritt einreicht. Ist ja für ihn auch besser, wenn er jetzt nicht rausgeschmissen wird, sondern es so darstellen kann, dass er aus Gewissensgründen gegangen ist und nicht aus gewissen Gründen. Also quasi bevor das korrupte Trump-Regime die SEC übernommen hat. Zudem könnte er ja noch ein hübsches Abschiedspaket aushandeln und seine Pensionsansprüche irgendwie noch retten. Dennoch hat er sich offenbar gestern vorsorglich selber in einem Statement an die Öffentlichkeit gewandt und er lobt hier seine eigene Leistung als SEC-Vorsitzender und auch die Arbeit seines Teams. Und vor allem warnt er noch einmal eindringlich vor Krypto und betont erneut, dass diese Industrie großen Schaden bei den Investoren angerichtet hat, vor allem in der Zeit vor seiner Amtszeit. Für Gary Gensler wird es also langsam ungemütlich, so viel steht schon mal fest. Aber dieses Statement hat wiederum für den Kryptospace schon so ausgesehen wie eine Art Abschiedsbrief und es kann wirklich sein, dass Gary Genslers Rücktritt unmittelbar bevorsteht. Und das hat dann vor allem den Kurs von XRP direkt auf 85 Cent hochgepusht. Ich denke, man kann wirklich sagen, dass kein anderes Krypto-Asset so sehr unter Gary Gensler gelitten hat wie XRP. Immerhin gibt es seit wirklich quasi Anbeginn der Zeiten ein Verfahren der SEC gegen Ripple und Ripple ist auf diese Weise vollständig lahmgelegt. Und zu diesem Verfahren gibt es im Januar eine Anhörung, wo die SEC ihre Berufung begründen muss und da wird jetzt spekuliert, dass wenn Gary Gensler vorher abgelöst wird, dass dann die SEC die Berufung in dem Verfahren zurückziehen wird. Und das wäre dann quasi freie Bahn für Ripple. Also mehr Infos zu diesem wirklich ziemlich komplizierten und trockenen Thema habe ich unten in die Videobeschreibung gepackt. Und das ist alles ziemlich formal und ich möchte das hier im Video ehrlich gesagt nicht so gründlich besprechen. Das wäre jetzt ziemlich zäh und langweilig. Also kurz gesagt, Gensler raus, gut für XRP. XRP könnte dann mal zeigen, was es wirklich kann, wenn es nicht von den Behörden andauernd behindert wird. Aber welches Potenzial hat XRP wirklich? Ich selber, ich muss gestehen, dass ich mit XRP nicht so richtig warm geworden bin. Das liegt daran, dass ich damals im Jahr 2013, also vor mehr als elf Jahren, einmal die XRP-Gründer persönlich getroffen habe und das war bei einer Bitcoin-Konferenz in London. Und da wollte ich mich bewerben als eine Art Node-Betreiber. Im Grunde sowas wie ein Miner für XRP. Und damals, da war Krypto noch ganz jung. Es gab quasi nur Bitcoin. Es gab noch keine Smart Contracts, kein Ethereum. Und damals gab es von Ripple noch keine Infrastruktur in Deutschland. Und ich wollte mich bewerben, eine Art Node oder Gateway oder wie das damals hieß, zu betreiben. Jedenfalls haben sie mich ziemlich schnell nach Hause geschickt mit der Aufgabe, erstmal die erforderlichen regulatorischen Lizenzen einzuholen. Und damit war das Thema für mich sofort gestorben. Immerhin konnte man damals noch ein paar Grafikkarten in den PC reinschrauben und konnte dann innerhalb von wenigen Wochen sowas wie drei oder vier Bitcoin minen. Wobei die damals dann auch nur 70 Euro pro Stück wert waren, sodass man also nicht mal wirklich auf seine Stromkosten gekommen ist, ganz zu schweigen von den Hardwarekosten. Und das habe ich dann damals auch sehr bald sein gelassen. Muss man sich mal vorstellen, heute wären die vier Bitcoin ein paar hunderttausend Euro wert. Das hätte sich damals auf jeden Fall gelohnt. Jedenfalls habe ich auf diese Weise das erste Mal verstanden, wie mächtig dezentrale Infrastruktur ist. Das Argument von Ripple war damals, dass man das erste Kryptoasset sei, das regulatorische Klarheit genießt und damit Bitcoin um Meilen voraus sei. Bitcoin würde niemals so wachsen können, weil die Regulierung dem Ganzen sehr, sehr schnell Grenzen setzen würde. Und Ripple wäre dann rechts vorbeigezogen, weil es in den riesigen, traditionellen Finanzmarkt eindringen könnte. Und das war definitiv ein Mega-Irrtum, zumindest aus meiner Sicht. Bitcoin ist gewachsen und gewachsen in der Zeit und durch seine Dezentralität hat es immer wieder und wieder Verbote und Einschränkungen verhindern können. Ripple dagegen steckt seit Jahren in Prozessen fest. Die ganze Regulierungsnähe hat also sich wirklich überhaupt gar nicht ausgezahlt. Ich finde es jedenfalls ziemlich bewundernswert, mit welcher Inbrunst viele Leute an ihrem XRP-Investment festhalten und an Ripple glauben. Ich stelle mir das tatsächlich nicht so super angenehm vor, wenn dauernd alles immer wieder zum Mond geht und XRP quasi als Stablecoin fünf lange Jahre um die 50 Cent tradet. Puh, also das stelle ich mir anstrengend vor. Und ich kenne das, ich habe das meiste von meinen Assets, nämlich in Ethereum. Also, ich respektiere tatsächlich den Pump von XRP und wünsche den Ripple-Hodlern jetzt, dass es wirklich mal wenigstens auf ein neues Alltime-Hype zugeht. Und das wären dann übrigens ungefähr 3,18 Dollar, glaube ich. Also ungefähr ein 5X von hier. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Bis bald. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.